Zwischen Alpen und Donau, die Stauden. Entdecke die Bilderbuchlandschaft mitten in Bayerisch-Schwaben. Präsentiert von Staudenbräu und Easy Marketing. Die Schmutter entspringt bei uns in den Stauden, etwa drei Kilometer westlich von Siebnach und fließt in nördliche Richtung durch das terziäre Hügelland und den Naturpark westliche Wälder Richtung Donau. An der Schmuttermündung bei Donauwörth lag zur Römerzeit der nördliche Endpunkt der Via Claudia. In Fischach mündet die Neufnach in die Schmutter. Das ist unser Startpunkt für eine Reise, Fluss oder besser gesagt bachaufwärts bis zur Quelle nach Siebnach. Das ist unser Startpunkt für eine Kvilleder Kommس einer und das sitz und die Schmutter. Vielen Dank.